Harry sagt guten Morgen. Heute am 2. Februar 2020. Es ist 8.36 Uhr. Wir haben 21 Grad. Wir haben leichten Wind. Wir haben keine Wellen. Die Temperaturen sollen steigen heute bis auf 27 Grad. Nachts Tiefstwerte waren 16. Sonne und es soll auffrischender Wind am Mittag sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So und mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann auch wieder und sagen bis morgen. Hasta mañana.